schön dass ihr eingeschaltet habt wir gehen heute rein in die neuen part 2 banner piccolo und die gamma boys sind am start wir werden jetzt rein zusammen in piccolo's banner man eine rotation durch hoffentlich ziehen wir den boy ansonsten wäre schärf da wir haben eben noch ein bisschen diskutiert ob wir hier in gamma reingehen oder in piccolo's banner in beiden waren das bies gohan vertreten also dementsprechend den boy den brauche ich der fehlt mir noch komplett ansonsten zeit bei der unit hier bei piccolo abi ist es danke der gohan in der ecke ganz leide supporter hier ist es der boy der verrückte der ist nicht mal wissenschaftler der ist einfach nur reich der verrückte reiche johnny so von der red ribbon armee genau der kann sein max beschwören angeblich aber wie gesagt wir sind team daddy piccolo my boy das ist er wir gehen rein vorne würde ich sagen es sind sechs steps na so ein bisschen 300 500 700 steigert sich eine tausend und der letzte step ist dann für lau nehmen wir mit und dann natürlich haben wir mit den coins auch noch mal ein ticket für einen garantierten sparkly character dementsprechend attacke freunde rein da wir haben 5k stones also mal gucken ob es sich lohnt oder nicht vielleicht hätte ich doch lieber auf dem ultra sparen sollen oder nicht mal schauen im nachhinein sind wir schlauer auf jeden fall wir haben schon mal ein paar bei bei der mann fliegt das gut besonders bei so einem dreier multi nur oben mit rainbow schrift freunde haben wir schon durchgespielt oder was roly abi haben wir schon durchgespielt oder das wird dann auch mal wieder etwas länger tragen okay okay aber war schon mal die wilde animation am anfang vorne oder war schon sehr wilde animation man kann ich alles haben direkt am anfang 300 cc wäre schon wild gewesen und das waren meine drei bräuse die willst du haben jonas wir haben sei noch nicht gehabt ganz fresh ganz neu jeden fall sehr guter erster multi würde ich sagen annehmen haben wir noch nicht gehabt keine dupes so 500 stones 5 chance heute es ist dragonball zeit die balls sind verstreut die goldene schrift leider nur eben schon schade aber schon wieder bro die was denn aus hier heute was ist denn was passiert hier das ist wieder mal boy vegeto man man er vermisst mich guck dir das an sowohl die splitter wo sind die splitter alter nicht hier schade dann aber zweimal geile animationer der was los wo ist es auch lang zu weiß gar nicht habe ich den ein ikonischer moment von trunks aber jetzt hätte ich habe mich eher über einen anderen gefreut ich habe die chance die brüder hat das ist ja genau die gleiche so ein zeichen des sparen so auch guck ich habe jetzt auf sieben sterne miste ich habe es auch gewusst den haben wir schon schade schokolade aber wie gesagt man die rotation jetzt einmal durch und dann gucken wir glaube ich im nächsten part werde ultra charakter sein wird da werden wir noch ein oder andere cc fahren freunde wir haben ja noch ein bisschen was offen gleich mal und dann gehen wir da all out noch mal rein wenn jetzt nicht verpassen wollte ich halt ein auf twitch 18 uhr montag mittwoch sonntag sind wir in der regel immer live kommt damit seid dabei live wenn wir das ganze hier durch pullen zocken was macht er jetzt kommt die tour alle guten dinge sind drei oder glaubt das wird ein trockener oder das wird ein trockener ist trocken wie die nacht morgen wie geht da was klappt ja heute kommen die animation aber rein du heute kommen sie rein aber wer ist es aber der metal rildo dildo das gibt es doch nicht der metal dildo ist am start ich verdient danke der joda sei mein bester das hoffe ich auch man dass wir was ziehen hier kommen aber jetzt kommen die vollen puls jetzt kommen hier die zehn chance da da muss was kommen jetzt haben wir extrem oder höher garantiert bd kommen sie aber davon ist aber nicht zu sehr hoffnung hier mitnehmen annehmen weil ich erinnere euch nur an die ultra goku black sammels der schärf des jahrtausend soll der ojeko maboy jacko ist da natürlich traurier bekommen sie und vorne was geht ab 1 das dritte mal einfach wo die abi was ist hier los und nur bei wiki 2 einmal von 4 eine gute quote gute quote ich glaube das schreit schon nach dass wir uns als nächstes broli figur holen was sind dann so wie die blut den wir haben und dann stehen wir den nebeneinander einfach für den sammeln lack aber schon wieder kein neuer na das ist halt aber piccolo das ist der falsche piccolo und daddy haben nicht basic piccolo vielleicht immer noch so ein sparkling dazu bitte wieder einfach mit ihrem spritz tritt ja moin jetzt kann man war ganz trocken die ganzen extreme johnny salami oder tatsache liebe leute aber jonas du hast doch goku black gezogen man nicht gucke black wester rose da ist auch auf jeden fall dicker pull kann man nicht sagen dass du gar kein glück hattest aber die fall ja wie gesagt es hätte alles alles hier der die piccolo sein können aber einfach dreimal irgendwas anders gezogen janji ruby man bester charlie heute gezogen hat ok grad man jetzt normal für 1000 cc freunde und danach der gratis multi der vorletzte ist also der vorletzte multi jetzt kommt noch mal mitnehmen annehmen was kommt der jacko wieder jacko und wie geht er und wie geht er weg einfach ohne irgendwas von ohne lange reden einfach freezer töten alles klar ohne lange reden ujin unwichtiger nebencharakter da muss jetzt wer ist es egal was oh wie denn kein mensch braucht die ooooh side banner gohan wichtig haben wir noch nicht geil nehmen wir an haben wir gesehen der support ist ein goku family oder movie saga geil neue char annähen und wer jetzt back to back geil das heißt der schon mal auf drei sterne das ist doch sehr geil aber back to back wenn er jetzt aber kommt dann tschau nee die mutter chichi maugel aber die mutter am start son family wächst wie viel haben wir noch sechs sterben perfekt das sehr gut sechs sterne direkt schon mal seine z fähigkeit erhöhen was schaden hallo so und da kommt er hier zack aber mein vieräugiger bruder was geht ab da ist er auf sechs sterne ok last multi vor der letzte gratis multi in der rotation danach haben wir noch ein ticket da werden auch noch mal reingehen würde sagen man wenn grubs haben draus außer jetzt kommt wieder wie geht auch mal einen kopf block dass wir nicht verziehen können müssen wir schauen aber geht das spiel oder war ein einmal sammeln geht hier sind die balls diese parteien auf kleine dynamic ok vor wir gehen rein da 321 und das ganze lack ich wünsche euch nur das beste aber dieser herzinfarkt bekommen wieder die ganz trockene animation diesmal vom letzten ganz ganz trocken aber vielleicht wer weiß gleich in tickets von gleich in den tickets da kann was kommen ok da ist ein spark das aber buch hallo mit der schokolade ok ich glaube wer ist es nicht wer ist es halt nicht der letzte aber drei legends limited chance kann man nicht meckern jetzt sieben sterne rot und dann buch machst du nix machst du nix aber vorne wir haben noch das ticket wir gehen rein exchange shop und dann eins zu eins direkt hier umgewandelt der piccolo boy und medaillen da ist er mitnehmen annehmen und unser last multi behäude last multi lack muss da sein da ist er wenn es da mal dazu gut gepult denke ich auch denke ich auch also man kann sich nicht beschweren jacko kommt jetzt junge jetzt problem mit splitter roly mit splitter bd hat herzinfarkt einfach nur so und wieder nur herzinfarkt mensch spieler du lappen und ziehe ich noch den lappen das gibt es ja gar nicht das resurrection f den haben wir doch schon ohne ende nee ja plus drei jetzt shit naja ich freunde trotzdem overall echt gut gezogen kann sich beschweren drei legends limited gezogen dementsprechend stabil schaut mal sehr gerne rein was ihr alles gezogen habt und wir uns dann beim nächsten mal